Übrigens, das Klima, das ist ja ein ganz heißes Thema. Heute machen wir mal eine ganz kühle Sendung. Wer holt sich schon gerne einen Feind ins Haus, um mit ihm Argumente auszutauschen? Das ist klar, aber der Diskurs, der steht im Zentrum wissenschaftlicher Tätigkeit. Die Auseinandersetzung von Argumenten. Also der eine sagt was, der andere hört zu und so weiter, aber das ist nicht alles. Aber dieser Diskurs ist der Anfang davon. Die erste Eiszeit, von der wir wissen, die war vor 2,3 Milliarden Jahren. Und dann war eine Milliarde Jahre nichts. Gar nichts. Es kam nicht zu regelmäßigen Vereisungen. Nix, nix. Eine Milliarde Jahre. Und jetzt hier zum Beispiel, letztens 250 Millionen Jahre, da ist der Dinosaurier gekommen und wieder verschwunden. Das konnte der natürlich auch, weil es war so warm, der hatte überhaupt keine Probleme, was zu finden. Also die Vegetation war sehr angenehm. Die Temperaturen waren im Wasser zum Beispiel 20 Grad mehr als heute. 20 Grad mehr, das müssen wir mal überlegen. Also wenn Sie ans Mittelmeer fahren und haben da 22 Grad, das Wasser fängt ja fast an zu... Also es war sehr, sehr warm, es war sehr, sehr schwül, das Wasser ist also sehr verdampft. Wenn aber Wasser wärmer wird, dann führt das also nicht nur dazu, dass die Verdunstungsrate von Wasser sich erhöht, wodurch also noch mehr Wasser in die Atmosphäre kommt, sondern zugleich kann auch weniger CO2 vom Wasser aufgenommen werden. Das führt dazu, dass nicht nur Wasser angereichert wird in der Atmosphäre, sondern auch noch Kohlendioxid. Himmel nochmal, schon wieder ein klimarelevantes Gas. Wunderbar, dann können wir weitergehen. Nachdem also jetzt sich die Temperatur erhöht hat, was dazu geführt hat, dass mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist und zugleich auch noch mehr Kohlendioxid, weil das Wasser des Kohlendioxid nicht mehr auflösen kann, ist die Temperatur nochmal aufgestiegen. Steigt und steigt. Was passiert dann? Der Frost, der Permafrost steigt. Wenn der Permafrost steigt, der löst sich auf. Der taut auf, der Permafrost. Was passiert, wenn der Permafrost auftaut? Was wird dann frei? Genau, Methan. Also, Sie sehen, es geht immer weiter ein Bach runter. Während die Temperatur steigen, steigt die Menge der treibhausrelevanten Gase in unserer Atmosphäre. Methan ist ein 17 mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Aber angefangen hat alles damit, dass wir ursprünglich angefangen haben, damit ein bisschen mehr Wasserdampf in die Atmosphäre zu bringen, was dann dazu geführt hat, dass eben das Wasser nicht mehr genügend Kohlendioxid auflösen konnte, was dazu geführt hat, dass es noch wärmer geworden ist, was dann dazu geführt hat, dass der Permafrost aufgetaut ist und letztlich wieder das Methan angefangen hat, auch noch in die Atmosphäre zu entlassen. Wenn es aber Methan 17 mal stärker ist, was dann... Das sind alles Prozesse, die man zu dem größten Teil der Erdgeschichte ansammeln kann. Also, warme, angenehmes, stabiles Klima. Also, in literarischen Kreisen nennt man sowas einen Teufelskreis. Da kommst du nicht mehr raus. In der Physik spricht man gerne von einer zutiefst instabilen Situation. Ja, und auf diese Art und Weise stellt man also fest, wie sich das Klima auf der Welt verändert hat. Da sind Sprünge dabei. In den letzten drei, vier Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von zehn Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Es ist völlig unklar, was passiert, wenn man hier nicht früh genug aufhört, diesen Kreis anzutreiben. Gerade zum Beispiel die Fähigkeit von Wasser, also von unseren Meeren namentlich, Kohlendioxid eben nicht mehr besonders gut zu speichern, wird allzu oft vergessen. Gerade auch die Möglichkeit, oder nicht nur die Möglichkeit, sondern die Tatsache, dass durch die Erhöhung der mittleren Temperaturen die Permafrostböden auftauen, wird auch gerne unterschlagen. Und so geht das immer weiter. Worüber hier also zu sprechen ist, ist eine Art von Rückkopplung. Was passiert nämlich, wenn etwas passiert? Und zwar mit dem, was passiert ist. Die Wirklichkeit ist ja ein fortlaufender Prozess, der nicht zu stoppen ist. Wir können ja nicht einfach sagen, stopp! Wir hören alle mal auf, auszuatmen zum Beispiel, um keinen Kohlendioxid mehr zu produzieren. Stopp! Die Sonne soll mal da bleiben, wo sie ist, die soll jetzt nicht noch mal weiter reinscheiden. Stopp! Die Meere mögen sich jetzt nicht mehr bewegen. Nein, wir haben ja einen Dauerprozess vor uns. Es ist völlig unklar, was passiert, wenn man hier nicht früh genug aufhört, diesen Kreis anzutreiben. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein, als in den Warmzeiten. In den Warmzeiten, wie sie so sanft ruhen, die Toten. Über Jahrmillionen, zig von Jahrmillionen ist die Temperatur praktisch völlig konstant. Und nur in einer solchen konstanten Treibhauswärme konnten sich solche Viecher wie die Dinosaurier eigentlich erst richtig entwickeln. Aber angefangen hat alles damit, dass wir ursprünglich angefangen haben, damit ein bisschen mehr Wasserdampf in die Atmosphäre zu bringen. Wenn man versteht, wie Eiszeiten entstehen, das ist ja ein globales Phänomen. Denn offenbar sind ja früher zumindest große Teile des Planeten von Eis belegt worden. Wenn man versteht, wie dieses globale Phänomen entsteht, dann versteht man mehr was Wetter. Und wenn man mehr über das globale Wetter versteht, dann versteht man vielleicht auch, wie es zum Global Warming kommt. Klima ist kein Wetter. Ob wir Menschen einen erheblichen Einfluss darauf haben oder ob es sich um rein natürliche findet. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will hier niemandem das Wort reden, jetzt in Zukunft weiterhin Treibhausgase und so weiter in die Atmosphäre zu blasen. Aber man muss erst mal wissen, wovon man spricht, bevor man anfängt vorzuschlagen, was können wir mit dem Wetter in Zukunft tun, bzw. worüber müssen wir uns schützen. Es geht also darum, dass manche Dinge sich offenbar ganz, ganz, ganz langsam verändern. Der Klimawandel ist nicht eine schlagartige Angelegenheit, so eine Revolution von einem Tag auf den anderen oder auch nur von einem Jahr auf den anderen. In den letzten drei, vier Millionen Jahren hat es zum Beispiel immer mal wieder Sprünge gegeben. Innerhalb von zehn Jahren sprang die Temperatur um 14 Grad. Der Klimawandel beschreibt die allmähliche Entstehung von Trends. Trends. T-R-E-N-D-S. Also von einem Trend. Also wir leben zurzeit in einer Eiszeit, weil erhebliche Mengen der Erdoberfläche mit Eis bedeckt sind. Komisch. Kirschblüten tauchen immer früher auf, als ob es im Jahr immer wärmer und wärmer und wärmer wird. Wir sind zwar jetzt in einer Kalt-, in einer Eiszeit, aber wir sind in einer Warmzeit einer Eiszeit. Komisch. Alles reagiert so, als wenn es systematisch immer wärmer und wärmer wird. Es ist also schon auf dem besten Weg, instabil zu werden. Aber diese Sprünge kennt man. Also das Wetter scheint in den Eiszeiten wesentlich instabiler zu sein, als in den Warmzeiten. Also wir leben zurzeit in einer Eiszeit. Und zu guter Letzt muss man vielleicht noch zwei Begriffe deutlich unterscheiden. Die Begriffe Reversibel und Irreversibel. Ist klar, der eine ist der Irre, also Irreversibel, den kann man nicht mehr zurückführen. Der andere Reversibel, der gibt einem zumindest noch die Chance, man könne ein System wieder in seinen alten Zustand bringen. Beide Begriffe sind von sehr großer Bedeutung, wenn es darum geht, ob wir den Klimawandel noch in irgendeiner Art und Weise für uns einigermaßen vernünftig beherrschen können. Die Eiszeiten sind sehr unregelmäßig und sie zeigen vor allen Dingen eins. Das Wetter ist eine unglaublich instabile Angelegenheit. Wenn es uns nicht gelingt, diese Kreisläufe über klimarelevante Gase in der Atmosphäre so zu stoppen, dass die Temperatur deutlich unter zwei Grad bleibt, die mittlere Temperaturerhöhung unter zwei Grad bleibt, dann werden wir irreversible Klimaeffekte bekommen. Dann haben wir keine Chance mehr, in irgendeiner Art und Weise auch nur annähernd vorauszusagen, was passieren wird. Dann wird es richtig heiß. Oberhalb von zwei Grad wird die Post abgehen. Naja, das sind alles Prozesse, die man zu dem größten Teil der Erdgeschichte ansammeln kann. Also warme, angenehmes, stabiles Klima. Unterhalb von zwei Grad gibt es zumindest im Prinzip noch die Möglichkeit, dass wir den Klimawandel so eindämmen, in Anführungsstrichen, dass er noch einigermaßen für uns erträglich wird. Das Wetter ist eine unglaublich instabile Angelegenheit. Gerade diese Sprünge, die innerhalb von zehn Jahren solche Temperaturänderungen von bis zu 14, 15 Grad bedeuten. Also wir sollten uns bemühen, völlig darauf zu verzichten, soweit es nur irgendwie möglich ist, Kohlendioxid in die Atmosphäre zu bringen. Das muss unser Hauptziel sein. Methan ist ein 17 Mal stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid. Man muss erst mal wissen, wovon man spricht, bevor man anfängt vorzuschlagen, was können wir mit dem Wetter in Zukunft tun, beziehungsweise worüber müssen wir uns schützen. Die Wirklichkeit ist ja ein fortlaufender Prozess, der nicht zu stoppen ist. Wir können ja nicht einfach sagen, stopp! Wir hören alle mal auf auszuatmen zum Beispiel, um keinen Kohlendioxid mehr zu produzieren. Stopp! Die Sonne soll mal da bleiben, wo sie ist, die soll jetzt nicht nochmal weiter reinschalten. Stopp! Die Meere mögen sich jetzt nicht mehr bewegen. Nein, wir haben ja einen Dauerprozess vor uns. Haben Sie es verstanden? Nein, wir haben ja einen Dauerprozess vor uns.